So, herzlich willkommen zur fünften Folge von MySanaka auf meinem Kanal. Ok, was reicht jetzt? Wir sind bei fast 200 Litern. Gehen wir noch kurz bezahlen. Wir bezahlen einfach nur mal fast 1000. Ok, ich glaube wir kommen noch. Was ist mit der Wurst? Hast du sie geklaut? Hä? Hä? Na mit der Helvetie? Mitun dorka. Was ist das? Aber hiener Schormi. Haluatko, dass ich mich nähtä, dass ich ein bisschen liha-kirveste? Hau mal. Kannst du mir auch mal helfen? wir haben auch kein glück in diesem spiel kling kling wenn er es noch verspielen 15 gewonnen noch mal drei ich glaube das heißt man sich vornehmen so wir gesauft rein mit dem Kasten Bier Eifel kommt her und frisst mein euren Moskito hoch und weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch und weiter Und rein mit dem Kack. Das noch mitnehmen. So, die Tür ist zu, können wir jetzt einsteigen. Wir müssen hier noch mal nach vorne kommen. Ja, weiter gehts. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Das ist ja nicht Regen, außer ich bin nicht wieder. Ich halte nur ein Bier. Unk, 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 unk. Okay. Mal beladen, Essen, Essen, Bier. Und los schalten. Und weiter gehts. Wäsche wie kann man sonst getrunken? So rumkommt im LKW. Hops. Klar, wir sind neu betrunken. Die Flasche macht gar nicht sicher. Aber naja. Nein, 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 nein. Hops. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich stehe voll auf der Kupplung. Ich stehe voll auf der Kupplung. Ich will mal mit SHIFT schalten, ohne Remoot, naja egal. Und wer vor uns war, muss jetzt hinter uns sein, dann kann ich nochmal vor uns erscheinen. Gehen wir jetzt gut drauf bis zu viel fahren. Ops, der Grund. Boah, ich like ein LKW. Hier fliegt alles durch den LKW durch. Oh, jetzt fängt es doch an zu öffnen. Okay. Ach, hier gibt es doch scheinbar schon. Jetzt fangen die Bäcker hoch mit Schmackes. Ich fange die Bäcker unter mit Schmackes. Oh, nein, nein, nein. Mit dem Schein. Boah, reißen. Hey, jetzt gebeste Regen. Ich glaube, es hat mich jetzt noch schwer gemacht. Ja, es geht. Ja. 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 Ja mal. Da fahren wir in die Liechten Dags auch noch. Hier seh ich bestimmt im Spiegel wie das Auto verflendert. Den Schemm. Wieder ausmachen. Den Ripp. Bei der Gewährten braucht es zu ziehen. Die Einkaufsmitte müssen drei Plasten. Wo die Triebe will sein. Oh. Oh. Warum auch die Schachtel? Und auch die Schachtel. Und auch die Schachtel. Hi. Ich mein Rift Auto. Mit einem Schaden. Hi. Ich halte wirklich als der Hauptsache. Jetzt hat es sich langsam. Ich habe hier. Ich habe hier. Tschüss. Ohne Musik. Das wird gut. Wie geht es Ihnen? Abs? ja ich werde voll Die Lange sind, die Ecke in den Lassenkirchen. Die Lange ist in der Füße, aber der Ex-Pay. Warum ist der Paukling? 60 Uro förören, joka päivän tempoonymous Nearby O60 1 Välteckonsäcknen Oh jaa Das hat er noch mal Es ist ein B, du kannst leichter sein. Es ist ein B, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst. Ja, 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 ja... Wir sind nicht die ganze Händenfahrt und zurückpatschen, was wir am Hunger haben. Ich gebe dir jeden Tag, jeden Tag, um ein Jahrzehnt. So. Puh! Raustameit? Raustameit. 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 Und raus damit. Klasse. Alter, ich habe nicht gesehen, dass er so viel Schaden genommen hat. Nix drin. So, vermoved. Wir können nämlich auch mit diesem Auto fahren. So, vermoved. So, vermoved. E. Schade, ich würde nämlich gerne den Motor da reinbauen. Das wäre geil. So. 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 Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, die guten Würstchen. Nummer 11, black Sensei, Nummer 8, Nummer 11, 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 oh, weggek습니다, 나가 ontrika. Telefon, Nr. Ah, nennt diese Lemontere Kabel, nochhole. Zeug ist erfolgreich beim Laden eingebrochen. Quatsch, nicht so viel. Das Ding brauchen wir am Motorrad. Hinwerfen. Boah, ich habe es ein bisschen ins Regal gebrochen. Und wir nehmen mal so eine Flasche Brake-Fuel, also Bremslösigkeit auch für Dings glaube ich, fürs Getriebe. Okay, man kann es anscheinend nicht so einfach auffüllen, sondern kann es wirklich nur am Auto auffüllen. So viel Spaß gewinne ich Geld. Ich meine dafür, dass es nur wirklich 15 Euro, glaube ich, angezelt kostet. Ist das Spiel echt klasse. Leider sind wir jetzt schon wieder am Ende einer Folge. Ich werde nochmal speichern gehen. Und ich bedanke mich schonmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. So. Ich mache ein guter Pipi. Dann sage ich mal Tschüss. Ich mache ein guter Pipi. Ich mache ein guter Pipi. Ich mache ein guter Pipi. Untertitelung des ZDF, 2020